Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video FIFA Mobile. Ich habe jetzt so durchgespielt bis Level 10, dass wir endlich einen Spieler kaufen können. Und der erste Spieler, der gewünscht wurde, war niemand anderes als der Torschütze von vorgestern, nämlich Tobias Müller. Also wir haben jetzt mal, gucken, hier haben wir ihn ja schon. Herzlich willkommen im Team Tobias Müller. Und Bertram wurde auch gewünscht, den könnten wir uns auch gleich holen. Also zwei neue Verpflichtungen für das Team. So. Ähm, dann haben wir Bertram. Das ist aber sowas von komisch, das Team. Ich würde aber auch gleich nochmal im Tor zuschlagen. Haben wir auch noch den Beko im Tor, würde ich auch nochmal zuschlagen. Aber wo ist unser Torhüter? Dann würde ich sagen, holen wir uns Beerenz auch gleich mal. Und dann mit herzlich willkommen die drei neue Zugänge beim ersten FC Magdeburg. Jetzt geht's auch ans Training. Jetzt geht's auch ans Training. Gut, eine 61er Torhüter. Drei neue Zugänge. Ihr seht jetzt, wie die Startaufstellung jetzt ist. Das heißt, Let's go. Das erste Spiel mit drei neuen Zugängen des ersten FC Magdeburg. Ich hab übrigens auch einen Clan gemacht, da könnt ihr gerne reinkommen. Würde ich mich freuen, dass es für alle FCM Pins, den zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber jetzt gehen das mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.